Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Gestern haben wir meine Eltern Schlage gekauft. So sieht das aus. Und sie sagen, das ist hier mit Mario-Frau. Guck mal hier, hier ist schon eine Mario-Frau drin. Direkt hier so. Ha, so. Okay. Okay, Leute, war das das Geräusch von hier oder woanders? Warte. Das ist ja Pupsschleim. Okay, komm raus. Das ist ja wirklich Pupsschleim. Okay, warte mal. Oh oh. Ui, kaputt. Spaß. Okay, jetzt rein. Das ist ja wirklich Pupsschleim. Die Frau, nicht zu vergessen. Das quiekt und pupst. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt rechts auf die Glocke, abonniert den Kanal und tschüss. 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 Vielen Dank.